Woche 25 Wie verstehe ich die materielle Schöpfung? Der innere Weg soll aber nie in einen Widerstreit mit der Faszinationskraft der Welt hin treten. Das würde nur die Aufmerksamkeit binden und absorbieren. Er möchte die Gabe unseres Bewusstseins nur auf Radha Krishna hin lenken. Denn in dem Kontext Gottes wird die gesamte Welterfahrung relativiert. Materie ist die Umgebung, die eine Seele erlebt, wenn sie in Gleichgültigkeit zu Gott existieren wollte. Sie ist die von Gott zur Verfügung gestellte Möglichkeit, wo die Seele die Illusion aufrechterhalten darf, dass irgendetwas inklusive sich selbst getrennt von Radha Krishna sein würde. Materie ist die Wahrnehmung, die Krishna einem zugesteht, wenn man irgendetwas außerhalb der Verbindung zu Krishna erblicken möchte. Gott schuf die Erde nicht als einen Ort des persönlichen Genusses, sondern als Reformationsplatz für jene Seelen, die ihn vergessen möchten. In dem Glauben, die Erde bestünde im Wesentlichen für Eigengenuss, Als eigenes kleines Disneyland entwickelt man eine Haltung der Ausbeutung der Natur und Rivalität zwischen den Mitwesen. Wenn man diese materielle Welt als eine Transformation der Energie Gottes versteht, die im Wesentlichen dafür existiert, in seinem liebenden Dienst verwendet zu werden, entwickelt man eine Haltung großer Achtung vor dieser Erde und eine Haltung der Freundschaft und Geschwisterlichkeit gegenüber seinen Mitwesen. Jemand, der seine eigene Identität als unvergängliche individuelle Seele erlebt, versteht, dass alle Dinge in der gesamten Schöpfung nur die Zutaten in Kredenzien für den liebevollen Säber zum höchsten Herrn darstellen. Auf diese Weise wird man frei von der separatistischen Haltung der Sichtweise, die Welt als getrennt von Krishna zu betrachten und als Folge davon zu glauben, diese existiere für den eigenen Genuss. Alle Dinge innerhalb der materiellen Schöpfung sind dazu intendiert, im liebevollen Dienst für Krishna verwendet zu werden. Wird die äußere Welt wieder als Hilfsmittel für den liebevollen Dienst zu Krishna verstanden, wird alles in ihr zum Anstoß der Erinnerung an ihn und sie wird somit transparent für die Gottesschau. Wenn das Bewusstsein nur auf die Weltphänomene gerichtet bleibt, erscheinen diese erstaunlich und absorbierend. Doch wenn man die Gottesausklammerung löst, wird die gleiche materielle Welt zum Anstoß der Erinnerung an Krishna. Jede Zahl mit Null multipliziert ergibt Null. Alles, was mit Null in Berührung kommt, erhält die Qualität von Null. Alles in der gesamten Schöpfung ist bereits in Berührung mit Krishna. Wenn diese Verbundenheit bewusst erkannt und anerkannt wird, dann wird auch die materielle Welt vergöttlicht, das heißt durchlässig für die Gotteserkenntnis. was mit Null in Berührung istüyorsun. So, am ich in Berührung mit Null. Wenn Sie in Berührung mit Null. events in Berührung mit Null.